use headphones for the best experience und motion blur und headbobbing machen immer ganz komische dinge und steuern kann man übrigens auch so und so und autos gibt es auch ja nun und damit herzlich willkommen bei shinkansen wir reisen heute nach tokyo mit dem schnellsten zug den es so gibt ich weiß gar nicht shinkansen ist glaube ich hochgeschwindigkeitszug der so auch 320 km h fährt ja was will ich sagen ein neues schiller game und ich habe bock euch wieder mit auf die reise zu nehmen und ja wir nehmen die supporter inhalte natürlich wieder mit aber wir machen was ist denn wenn du einen fehler machst wirst du nur um eins zurückgesetzt die wagen nummer wird nicht vollständig zurück ach das ist so was wie exit cool ich freue mich da würde ich sagen legen wir doch mal los nee du bist dabei ein neues spiel zu starten dein vorheriger spielstand wird gelöscht ich habe keinen vorherigen spielstand supporter inhalte können ausgeschaltet werden ich habe ich habe noch keinen ich habe das noch nie viel auf dem ja nun also nein ich habe es nicht gespielt vorher habe noch nie auf ich habe noch nichts getan keine anomalien in diesem bereich ich habe ich habe die befürchtung dass das ganz großartig wird ich mach mal mach mal muss man kurz in die einstellung gucken ich habe das für ultra ich mach mal very high macht das irgendeinen unterschied überhaupt weiter ja doch ist es läuft deutlich flüssiger ja der neue rechner ist noch nicht da das dauert noch ein bisschen was haben wir denn wir kriegen hier 20 prozent auf freche mode die die nämlich mit 20 prozent ich meinen haben oder brauchen so hier sind die toiletten in diesem bereich sind keine anomalie noch ich hasse jetzt schon alles aber gut okay ach omi ist auch mit dabei sehr schön hier haben wir von von 10 bis 11 oh gott ich kann beiden mein japanisch ich kann keinen japanisch krieg rückgeld nicht okay ich würde sagen wir müssen uns das alles merken hier anomalie ich habe es gesehen das ist eine anomalie ich gehe zurück ach ja nie das wird das wird großartig ihr das neuer neuer spielfilm mit ihm oder ihr ich bin mir nicht sicher hier kann ganz neues auto alles auch noch ein horror film auf jeden fall sieht interessant aus ich glaube der größte horror ist das auto aus wie ein volvo lach mich tot ach so wasser schon immer fertig ach du scheiße nö sehe ich nicht kann ich auf toilette gehen ach erst mal wir haben kein kein spiegelbild spiegel ist schwierig aber gut okay ja dass das ist nicht schlimm ist es ja halt dass es ich wohne hier das ist ja riesig bitte nicht dafür nichts rein werfen dinge generell flaschen zum beispiel menschen köpfe ihr wisst es ne ah die kack regeln nicht so das blöd so wäre okay aber aufpassen darfst du nicht so lange sitzen nicht dass die beine einschlafen und natürlich ähm Toilettenpapier in 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 die Städte nicht in dem Papierkorb das wäre blöd also Toilette ist gut aber nicht abwischen den den kacki und dann hier in den in den ne macht man nicht so nicht okay und dann was was haben wir hier und spüren natürlich nicht vergessen wichtig spüren ist hier glaube ich geht nicht naja gut okay die Toilette weiß ganz genau ich habe hier gar nichts gemacht hier ist besetzt schade okay gut das wird äh ganz großartig habe ich hier eigentlich V-Sink an V-Sink ist an das ist ja zauberhaft ja oh äh sieben ah okay das ist die sieben das heißt wir haben sieben Waggons und ähm das ist hier der der was ist denn also wenn wenn dein Haus weggespült wird oder brennt oder es regnet und du hast ein Pappdach dann bitte hier einmal ähm anrufen ich bin mir nicht sicher okay was sieben hier ah ja äh this shared space is provided for passengers and seats immediately in front crew members may use any remind space in this area please keep all baggage out of the isl whatever if you and other passengers have a large amount of baggage please arrange it together so set in the space ne also wenn ne hier klamotten auf dem stuhl und so nicht machen ne organisiert euch ich werde noch mal ne hier ist irgendwie nichts interessantes okay ah Katze äh Katze Katze traurig aber Katze kann singen okay hier haben wir noch mal so ein paar sind das Notsitze ist schwierig ach guck mal wir haben Körper spiegelt wir spiegeln uns doch sehr zitterig hier äh in den Spiegelungen aber wir spiegeln uns okay 19 18 wir haben 20 Reihen äh Shinkansen nach Tokio ne Shinkansen Null also der auch der Null ist der Nullte nicht mal der Erste okay hier sind keine Menschen das ist interessant hier sind doch Menschen hier sind zwei kleine Menschen nee Sohn und Mutter würde ich sagen sie schläft wer Spooky kann ja nicht rein doch kann ich kann ich springen nein kann ich den hier creepy beobachten geht so oh Koffer ich fühle mich beobachtet übrigens hallo drückt er auf die Nase naja nun gut dann haben wir hier ich hoffe nicht wenn sich hier nur Zahlen ändern oder so dann drehe ich durch ach Gott da werden wir wieder keine Anomalien in diesem Bereich sonst müsste ich zurückgehen wahrscheinlich ne ja also ich würde jetzt nicht sagen dass hier eine Anomalie ist weil das erste Mal sieben da waren also schon woher soll ich denn wissen dass da eine Anomalie ist jetzt weiß ich gar nicht was wirklich ist und was nicht was ist wahr was ist falsch wir werden das nie erfahren wir werden das nie erfahren der war doch grad immer nicht da ich geh zurück Anomalie eindeutig weil ich geh nochmal ein bisschen weiter vor der war doch grad nicht da oder kann ich mir doch nicht erzählen ich muss mal echt ein bisschen genauer gucken hier Anomalie Anomalie ähm das weiß ich auch nicht ähm weiß ich auch nicht ähm okay wir sind uns schon wieder ähm die sehen dass wir hier also die wissen also es fängt nicht von vorne an sondern die sind auch gefangen in dieser Zeitschleife ähm ähm woher weiß er das ich auch Schwester okay sie schläft also immer das ist nicht gut ne Weiß ich noch nicht ob ich das möchte Weiß ich noch nicht ob ich das möchte Nein Ich auf gar keinen Fall Mhm Erzähl mal Dann geh ich Dann geh ich jetzt zurück weil das war jetzt ungewöhnlich Ja Ja Okay Okay Also Wagen 0 Wagon 0 erreichen ich verstehe und Bremse im in der Fahrerkabine Okay Ja Verstehe ich Das wage ich zu bezweifeln also wenn ich da einmal drauf also dann könnte es anormal riechen zum Beispiel auch oder halt vertiefen wir das Thema nicht Ja 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 Äh Ja Okay Ja Es wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen Also ist das hier jetzt der Normalzustand oder soll ich jetzt zurück gehen Ich bin verwirrt Ich geh mal Kann ich rennen? Kann ich Ähm Also wir haben hier drei Personen Wir haben hier einmal der der knackt Hallo? Ne Er schläft Er kriegt Nacken auf jeden Fall Genau wie die Schwester Die kriegt auch Nacken Bin mir ganz sicher Wenn die so lange schlafen Wenn die so lange schlafen und dann wachen die auf Die haben auf jeden Fall Nacken So wie sie schläft? Ne Eieieieiei Gut Okay Dreh um wenn es eine Anomalie gibt Ich sag mal Ich sag mal ne ne Ich sag mal ne Hier gibt es keine Anomalie Vielleicht finde ich noch einen Coin Aber woher soll ich das wissen was Hier ist es heller als vorher oder? Der Typ schläft da immer noch? Der Typ schläft da immer noch? Ich bin Aha Anomalie Der Bub ist weg Eindeutig ne Anomalie So Zurück, zurück, zurück Okay Cool Also müssten wir ja jetzt in die 6 kommen Bitte was? Aber 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 das war doch ne Anomalie Dreh um wenn es eine Anomalie gibt Okay Ich geh natürlich fest davon aus, dass es eine Anomalie gibt Weil Aber Der, der war weg Hä? Ich verstehs nicht Oder ist der Generell weg? Der muss weg sein Okay Anomalie Eindeutig ne Anomalie Ich Wir sind sehr klein, offensichtlich Ähm Hallo Nichiwa Ich würde sagen, das ist ne Anomalie Sie guckt auch sehr animalisch Ja, ja, ja Wenn ich tippen müsste Würde ich sagen, jopp, jopp Okay Okay Das war eindeutig Aha Aha Hm Der schläft immer noch Ich kann nicht Ich kann nicht crouchen, schade Ähm Hallo, Sir? Äh Aber Wie? Was? Das ist nur ein halber Körper Das ist keine Anomalie Das ist ganz normales Fahrgastverhalten Kann keine Anomalie sein Anomalie Das ist keine Anomalie Sie schläft noch Naja, nun Okay Okay, 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 okay Alter Schwede Weg hier Creepy Boy So Kann ich an die auch rein? Oh Hier ist ja noch ne Toilette Hä? Hä? Hilfe! Brauche Hilfe! Hm Kann nichts anfassen Okay Das läuft doch ganz gut, würde ich sagen, oder? Keine Anomalie? Nein, alles ganz normal Der Typ ist hier auch nicht Sieht alles ganz normal aus Ich sag dir, wie es ist Es wird irgendeine Anomalie geben Wir müssen uns hier alles ganz genau angucken Klar, logisch, ne? Auch alles toll Den hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich Ich würde Davon ausgehen Dass es eine Anomalie gibt Obwohl wir gar keine Anomalie sehen Aber das wäre doch zu einfach, wenn wir jetzt schon in Waggon 4 kommen Wobei Also eigentlich Ich hab keine gesehen Theoretisch, wenn ich keine sehe, müsste ich ja Ne? Hier ist alles, alles normal Okay, pass auf Wir machen es einfach Wir machen das jetzt einfach Da oben ist der Koffer Sie knackt, er knackt Hier steht niemand komisch rum Okay Das Licht hat geflackert Anomalie Aha Tatsächlich keine Anomalie Ja, das ist ja Wir sind ja gleich durch hier Wahrscheinlich nicht Und das Spiel geht noch 8 Stunden Einfach, weil ich mich genauso geil anstelle, wie bei Exit Ich hab keine Anomalie gesehen, aber das ist genau das, was das Spiel jetzt mache Wenn ich Entwickler wäre, dann würde ich hier jetzt auch irgendwas einbauen Dass man Da hat's geblinkt Anomalie Ganz eindeutig Weil es sieht nämlich alles gleich aus Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir gleich in die 3 reinkommen Weil es gibt ja keine Anomalie Aber da ist eine Anomalie Ich hab das Gefühl, dass es hier eine Anomalie gibt Auch wenn ich sie nicht hundertprozentig gesehen habe Aber da oben blinkte doch was Kannst du mir noch nicht erzählen Kannst du mir noch nicht erzählen Oder war das nur das Verschwinden von dem I.O. Mann, das war nicht Hm Also ich hab Ich hab das Gefühl Dass es hier eine ganz kleine Anomalie gibt Die ich eigentlich nicht sehe Er hat die Augen offen Kannst du mir noch nicht erzählen Anomalie Ganz eindeutig Hundertprozentig Ich bin mir ganz sicher Hm Das war bestimmt ein Fehler vielleicht nicht Wir werden's Eventuell erfahren Oh naiv Verdammt War doch keine Anomalie Ach Der Entwickler hat umgekehrte Psychologie mit uns gespielt Wie sag's dir? Wir sind davon ausgegangen, dass es eine Anomalie geben muss Und sind deswegen zurückgegangen Und es gab aber gar keine Anomalie Wie? Wir hätten einfach weiter gehen können Dann wären wir wahrscheinlich relativ schnell Ja, das ist doch Okay Warte mal, ich will nochmal Er pelt doch nicht mit offenen Augen Doch Die Augen sind doch offen Eindeutig Hm Ah ja nun, okay Gut, gut, gut Sind wir auf den Trick reingefallen So, warte, warte Sieht alles normal aus Ja, nun Da sind wir Willkommen im Rabbithall Oh Ah Ah Nö, das war normal Das war keine Anomalie Okay Cool, wenn jetzt hier wieder die 7 stehen würde Und DAS ist die Anomalie Okay Also vielleicht sind die Anomalien ja doch offensichtlicher wir sind in der neuen es war keine anomalie wir sind einfach nur durch durch ein durch ein brücke tunnel gefahren die aufnahme schwackt rum na das ist ja super ganz großes kino fünf cool ja ich bin ein wenig angespannt wenn ich ehrlich bin ich würde mir vermuten dass es große und kleine anomalien gibt ne also so anomalien wie gra ich weiß nicht auf der einen seite würde ich mich da jetzt gerne hinsetzen auf der anderen seite denke ich mir so was er grinst auch noch so na ob das wohl eine anomalie ist weiß wird man sagen vermutlich also ich glaube tatsächlich dass man nicht nur in eine richtung gehen muss sondern wirklich noch mal zurückgucken muss auch weil sonst welche dinge verpassen nun naja die vier naja nun er schläft noch sie auch der koffer ist da das sieht alles aus wie es aussehen soll war das schüttlich auf der anderen seite ich gehe noch mal ich gehe noch mal zurück um wirklich auch alle rein mir ganz genau angucken zu können nicht dass da wieder irgendwas anders ist würde ich sagen so die idee oder ich glaube das ist nur hier auf wenn man auf der seite das reserviert schild kann mich aber auch täuschen und das ist schon die anomalie aber bis jetzt waren die anomalien alle eigentlich sichtbar gewesen glaube ich vielleicht eventuell ich weiß dass es hier keine anomalien gibt aber ich würde trotzdem ich würde trotzdem hier mal reingucken weil theoretisch müsste es ja auch noch irgendwie so münzen geben ne für für den apparat hier was okay das ist neu 3 das spiel würde uns auf jeden fall auf die falsche fährte locken ich weiß es ganz genau das will uns jetzt sagen wir sind sicher wir kommen hier durch hier ist alles normal ich gehe noch mal zurück ne sieht alles so aus wie es aussehen soll katze gäbe es schild nö alles alles normal würde ich sagen alles ganz normal normal frikansen 0 nach tokyo geht da auch ne ne ich würde sagen alles ganz normal ich würde sagen alles ganz normal wenn ich mal auch 20 jungen jungen 20 jungen ich dann das der Koffer ist da sie auch das Bild auch das Bild auch Shinkansen 0 nach Tokio ich gehe nochmal zurück das Spiel will uns definitiv auf die falsche Fährte locken ich weiß es ganz genau irgendwann kommt der Moment ich kann es nur nach Tokio auch alles okay also ich habe nichts gesehen ich weiß nicht wie es euch geht irgendeine Kleinigkeit ist hier wahrscheinlich es kann nicht sein dass es so einfach ist das glaube ich nicht warte hier geht es auch rein 1 wem ist alles normal ich glaube da steht wieder jemand boah das Gesicht ist so creepy bin wieder weg bin weg aber da kommen wir jetzt ja schon in die 0 dann haben wir es ja durch hä? so schnell? kann ich mir fast nicht vorstellen okay jetzt sind wir in der 0 ähm dann müsste da vorne doch jetzt die Fahrerkabine sein Finkansen 0 nach Tokio das Schild ist gleich das Schild ist auch gleich die alte steht nicht da die schläft ich gehe hier nochmal zurück und gucke ob hier irgendwas merkwürdig ist Schild kann es nur nach Tokio ich sehe keine Anomalie aber das kann doch nicht sein dass es jetzt schon vorbei ist ich wäre entsetzt okay aber müsste hier jetzt nicht die die Dingskabine sein oh nein ich hänge nein oh alter okay ähm okay wir äh Conductor Swoom wir scheinen es schafft zu haben hä? ich kann auch niemals so gut sein das glaube ich nicht hier ist noch ein Twist irgendwas ist noch was 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 passiert ist das eine Anomalie äh 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 本日は 新幹線をご利用いただき 誠にありがとうございます ただいま当列車におきまして 線路上での接触事故がありましたので 安全確認のため しばらく停車いたします 運転車におきましては 現在見通しが立っておりません 本日は お急ぎのところ 誠にご迷惑をおかけいたします attention please we have stopped momentary due to one injury there is no plan for the train to stop at this moment please excuse the delay cool cool dass es auf Deutsch steht ähm ist das eine Anomalie ich frage für einen Freund Unfall mit Personenschaden ja bei eigentlich ja situiert aus jetzt cool aber eigentlich ja nicht oder also normal also sonst würde ich ja jetzt gleich von vorne los geht äh blue stage clear blue car hä wie wo war's fertig oder ich bin verwirrt warum ruckelt das ähm moyen ja vielleicht ne hab ich wirklich ja ja irgendwie den Ausgang ich bin mir nicht sicher ob das hier alles so richtig ist ja nein nein die green cars okay das war jetzt blue car gewesen die sind quasi die erste klasse okay nee wusste ich jetzt nicht so ähm nein ja schon eigentlich dachte ich wäre hier schon natürlich hm hinterwaggon 0 vorhin hab ich hinterwaggon 0 gesagt genau dahinter aber war das nicht die 0 aha naja nun jetzt ist es genauso andersherum wie 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 genauso andersherum also muss ich jetzt von der 0 in die 7 oder wie oder was oder wann solltest du eine anomalie bemerken dann geh weiter ah und wenn alles normal ist dann geh wieder zurück ha 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 ihr klein schweinchen wenn ich drei fehler mache kommt der geist mich was was für ein geist von dem geist war nie die rede gewesen was für ein geist ich drück dir gleich mal deine Daumen ins Auge aber was was denn ja du die frage stelle ich mir schon gar nicht mehr weiß ich nicht ganz normaler sonntag morgen ja okay ja schauen wir mal ich sag mal so kann man speichern uff ich weiß es ich weiß es nicht irgendwie es ist ein bisschen ruckelig gerade ich check mal kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder weil man Aufnahmemonitor macht ganz komische Geschichten ich sag mal bis gleich hoffentlich tschau